Aber mir steht das nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder eine ganze Weile gesammelt und habe eine erstaunliche Menge an Beauty-Müll produziert. Hinzu kommt auch noch, dass ich zwischenzeitlich eigentlich noch ein Aufgebraucht-Video aufgenommen habe, aber irgendwie nicht dazu kam, das zu schneiden. Also eigentlich habe ich seit dem Zeitpunkt des letzten Aufgebraucht-Videos noch eine ganze Menge mehr produziert, als das, was ich hier ohnehin schon vor mir liegen habe. Also es ist wirklich enorm viel. Ich werde es natürlich wie immer in Kategorien unterteilen, jedenfalls soweit es möglich ist. Ja, also stellt euch auf ein langes Video ein, nehmt euch gerne einen Kaffee oder irgendwas zu essen, wenn ihr dann die Zeit habt. Oder stellt mich beim Putzen irgendwo in die Ecke und lasst mich reden. Ja, also es wird eine Weile dauern. Beginnen wir mal mit der Kategorie Kosmetik. Das ist recht überschaubar, was da leer geworden ist, aber da fangen wir natürlich mal an. Da habe ich hier einmal von Essie einen Lack, der nennt sich Ballett Slippers. Ballett Slippers. Das ist mein absoluter Lieblings-Essie-Nagelack. Das ist bestimmt schon die vierte Pulle, die ich leer gemacht habe. Also ihr seht, da ist unten nur noch so ein kleines Fitzelchen drin. Und ja, der war eigentlich noch bis zur Hälfte voll, aber da ich noch einen zweiten hatte, der auch noch bis zur Hälfte voll war und die Konsistenzen mittlerweile ähnlich waren, habe ich die dann zusammengekippt. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. Der funktioniert auch noch ganz gut, genau. Also den kaufe ich auch immer wieder. Ich liebe ihn. Der ist einfach... Ich liebe ihn. Ich trage ihn auch gerade in einer Schicht auf den Nägeln. In zwei Schichten gefällt er mir noch besser. Aber diesmal hatte ich halt keine Zeit für zwei Schichten. Dann habe ich schon eine ganze Weile so ein Augenbrauen-Gel hier von Essence. Das habe ich eigentlich gar nicht weiter benutzt, weil ich das nicht haltbar genug fand. Also das werde ich nicht wieder kaufen. Es ist mittlerweile tatsächlich auch irgendwie aufgebrochen und ausgelaufen in meiner Mülltüte. Das fand ich sehr schön. Ich denke, die Verpackung sieht mittlerweile auch etwas anders aus. Diese kleinen dunklen Reste hier sind von meiner Augenbrauen-Schminke. Und ja, weiß ich nicht. Also das fand ich echt nicht toll. Das war überhaupt nicht haltbar. Soll ja auch pflegend sein. Davon habe ich überhaupt nichts gemerkt. Keine Ahnung, ich bin ja jetzt auch kein Spezialist, aber das kommt mir auf jeden Fall nicht wieder ins Haus. Dann habe ich hier noch zweimal Wunderbrow aufgebraucht. Einmal in der Farbe Brünett und in der Farbe Schwarz-Braun. Ja, ab und an habe ich ja schon mal über dieses Produkt gesprochen. Finde ich wirklich ganz gut. Natürlich sind 30 Euro pro Stück auch ein ganz schön stolzer Preis für ein Augenbrauen-Produkt. Obwohl da bestimmt auch ein paar Mädels bei sind, die das überhaupt nicht teuer finden. Ähm, ja. Ich würde es mir wieder kaufen, auf jeden Fall. Ich habe jetzt allerdings, das habt ihr eventuell in meinem Haul von Kosmetikvorles gesehen, da hatte ich mir ein Dupe von Makeup Revolution davon geholt. Was farblich ein bisschen besser zu mir passt. Und ja, das hält nicht ganz so lange wie das hier, aber kommt das schon ganz schön dicht dran. Und da ich mir davon noch ein paar Backups geholt habe, also von dem Makeup Revolution Dupe dazu, werde ich es mir erstmal nicht nachkaufen. Was ich nämlich auch schade finde ist, das seht ihr hier vielleicht, in der Mitte, da habe ich so gut es geht das Produkt aufgenommen, aber oben und unten ist einfach noch relativ viel Produkt drin, was ich einfach mit gar nichts erreichen kann. Also mit keinem Bürstchen, mit gar keinem Wattestäbchen oder so kommt man da unten rein und könnte sich das Restprodukt da irgendwie rausholen. Das ist ein bisschen schade, aber nun gut. Die kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Von Catrice in aller Munde, die Glam and Doll in Waterproof. Die ist mittlerweile einfach stark ausgetrocknet, auch so stark ausgetrocknet, dass ich sie nicht mehr mit Öl oder heißem Wasser flüssig kriege, beziehungsweise möchte ich das jetzt auch langsam nicht mehr versuchen. Ich habe mir einfach eine neue gekauft für das Geld, muss man sich da wirklich nicht ankacken. Ihr seht schon, es ist so hart, ich kriege es kaum aufgedreht. Also ich lasse das jetzt auch zu, ich habe davon schon eine neue und ja, die werde ich auch immer wieder nachkaufen. Die gefällt mir einfach super gut, weil die so schön trennt, nicht verklebt und ja. Und ja. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr sie dann noch nicht sowieso schon getestet habt. Die geht natürlich leider ein wenig schwer von den Wimpern ab, aber mit diesen Micellenreinigungswassern von Garnier ist das absolut überhaupt gar kein Problem, die Dinge abzukriegen. Natürlich das für Waterproof oder das für empfindliche Haut. Damit geht alles ab. Ohne Probleme. Und noch eine Mascara habe ich aussortiert, beziehungsweise leer gemacht habe ich sie nicht. Also die gefällt mir einfach überhaupt nicht vom Ergebnis her. Die werde ich nicht wieder kaufen. Die habe ich vielleicht zwei, dreimal benutzt. Das hat einfach nicht harmoniert mit uns. Die ist von Catrice und hat diesen wundervollen französischen Namen. Nein, ich hatte kein Französisch in der Schule. Ich hatte Latein. Und diesen nicht wunderschönen Lipgloss hatte ich in meiner ersten Glossybox. Und ich kann leider mit dieser Farbe nichts anfangen. Und auch niemand in meinem Bekanntenkreis kann mit dieser Farbe etwas anfangen, sodass ich den jetzt leider aussortieren muss. Ich hätte ihn ja verlost, aber da ich ihn einmal benutzt habe, um zu gucken, ob er mir steht, möchte ich ihn nun natürlich nicht mehr verlosen, da er nicht mehr neu ist. Und ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Verdammt nochmal. Ja, ist schade drum, aber was soll ich machen? Schaut doch, das sieht doch nicht aus. Es gibt garantiert Frauen oder auch Männer, denen das steht. Aber mir steht das nicht. So, dieses Produkt hier passt sowohl zu Kosmetik als auch zu Gesichtspflege. Das habe ich von der Firma Vita Yes zugeschickt bekommen. Das heißt Instant Age Bag. Es verspricht auf jeden Fall, dass Tränensäcke minimiert werden und Falten reduziert werden. Und das tut sie tatsächlich auch. Ich blende euch hier jetzt nochmal ein Bild ein mit einem Vorher-Nachher-Vergleich. Einmal in Bewegung, also beim Grinsen und einmal mit einem regungslosen Gesicht, damit ihr den Unterschied feststellen könnt. Also sie verspricht auf jeden Fall nicht zu viel. Ich muss aber auch sagen, dass meine Haut ein wenig zu trocken ist dafür. Wenn man das aufträgt, muss man so ein bisschen einklopfen. Dann wird das nach einer Zeit etwas, ja, wie rau. Also pflegend ist das nicht. Das ist einfach ein sehr starker Hautprimer. Aber es ist leider überhaupt nicht kompatibel mit irgendwelchen Cremes oder Make-up. Also das könnt ihr dann komplett weglassen. Es hält auch leicht auf im ersten Moment, aber das vergeht dann nach einer Weile. Also es ist wirklich ein tolles Produkt. Es verspricht nicht zu viel. Es ist nur nicht kombinierbar. Also wenn eure Haut nicht so trocken ist wie meine, dann probiert das bitte unbedingt mal. Denn das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Die habe ich jetzt natürlich noch nicht komplett aufgebraucht. Ich habe davon ungefähr ein Drittel benutzt. Werde jetzt aber den Rest, weil ich mich damit tatsächlich sehr umfangreich beschäftigt habe, an meine Schwester und meine Mutter weitergeben, damit die sich daran auch mal austesten können. Dann hatte ich mir hier mal gegönnt von Garnier Skin Active Hydra Bomb Multiprotect. Das ist so ein schützendes, sogar mit Lichtschutzfaktor ein, ja so eine Art. Was ist denn das? Och. Schützendes Feuchtigkeitsspray. Ich fand, das hört sich total super an. Man kann das nämlich auch noch über das Make-up geben und das soll das fixieren. Aber leider fixiert das bei mir absolut gar nicht. Es löst eigentlich nur alles an. Hält es zwar feucht. Also das ist schon ganz nett, dass es hier, wo ich meine ganzen Trockenheitsfältchen immer habe, das wird schon ganz gut versorgt. Aber dafür muss man so zusehen, dass das nirgends hier oben hinkommt, weil sich sonst die ganze Zeit die Mascara daran auflöst. Und ja, ihr wisst ja, wie das dann hier richtig schön schwarz wird, ne? Ist auch noch nicht ganz leer. Ist bestimmt noch die Hälfte drin, aber ich finde es einfach kacke. Mein Mann hat dieses Produkt hier noch aufgebraucht. Das ist von Garnier Skin Active. Hautklar. So ein 3 in 1 Anti-Mitesser Reinigung Peeling Maske Produkt. Ja, ich weiß nicht. Also das hat mich auf jeden Fall insofern ein bisschen genervt, dass die Dusche davon immer total schwarz war. Überall schwarze Flecken, weil es runtertropft. Das ist ein bisschen nervig, aber okay, es ist eben Kohle drin, ne? Ja, und ansonsten hat er gesagt, das ist irgendwie jetzt nichts Besonderes. Und deswegen werde ich das nicht wieder kaufen. Ich bin auch echt froh, dass das jetzt raus ist und ich danach nicht immer gleich wieder die Dusche putzen muss. Und dann habe ich von Rival de Loup noch diese Gesichtscreme hier leer gemacht. Das ist die Tagescreme Green Tea. Die habe ich wirklich richtig gern gehabt. Die war sowohl feuchtigkeitsspendend als auch, ja, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen was Fettiges, aber eben auch etwas Reichhaltigeres war da drin. Das war so ein Gelee und in der Mitte waren so kleine hellgrüne Kügelchen, was dann eben, ja, ein bisschen reichhaltiger war. Und das Gelee war natürlich sehr feuchtigkeitsspendend. Das hat mir so gut gefallen. Aber das haben sie leider nicht mehr im Sortiment. Ich habe noch einen Rest Augencreme davon. Da bin ich auch sehr froh drüber. Naja, aber die wird irgendwann auch zu Ende gehen. Aber ich habe auch noch nichts Vergleichbares gefunden tatsächlich. Also schade, dass es das nicht mehr gibt. So, ihr Lieben. Und dann habe ich hier einige Masken aufgebraucht. Da habe ich mich bei GoFeminine als Produkttesterin beworben. Da muss man sich dann immer, ja, die schreiben quasi aus, welche Produkte getestet werden sollen. Da kann man sich darauf bewerben online. Und dann wird man entweder ausgewählt oder nicht. Und diesmal hatte ich mal Glück und durfte. Es waren eigentlich fünf Masken, die ich hier zugeschickt bekommen habe. Ich habe jetzt aber gerade nur noch die Packungen von diesen zweien. Hier einmal die Pure Boost für tiefenreine Haut. Die war richtig gut. Die hat auch richtig Feuchtigkeit tatsächlich in die Haut gegeben. Ihr könnt euch das so vorstellen. Das ist so ein zweiteiliges Set. Ich dachte erst, das wäre aus Silikon. Es soll aber aus 100% Serum bestehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das so wirklich ist. Aber gut, soll so sein. Auf jeden Fall habt ihr hier zwei Teile. Einmal vor unten, einmal vor oben. Ich werde euch hier jetzt nochmal demonstrieren, wie schön diese Masken im Gesicht aussehen. Und natürlich habe ich nicht nur die Pure Boost benutzt, sondern auch die Hydro Boost für intensive Feuchtigkeit. Die war aber genauso gut. Genau, also da kann ich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen. Ja, ich weiß, die kosten leider 2,99 Euro. Das ist natürlich auch ein happiger Preis. Aber es ist sehr viel Serum enthalten. Und ich habe von der lieben Mrs. Mo... Mrs. Rosarot... ...habe ich den Tipp bekommen, dass man die herauslaufende Flüssigkeit, beziehungsweise das herauslaufende Serum, ja in einem Tiegel, in einem alten Tiegel auffangen könnte. So hat man dann noch etwas mehr davon. Dann habe ich hier noch ein paar günstige Masken aufgebraucht. Einmal Hyaluron-Maske von Schebens. War super gut. Anti-Falten-Maske von Rossmann. Ich halte euch jetzt hier mal nicht so die Verpackungen in die Kamera, weil das immer nur halbe sind. Und irgendwie erkennt man das ja dann doch nicht so richtig. Also das ist von Isana die Anti-Falten-Maske. Die war auch wirklich super gut. Ich habe hier eigentlich gar keine Maske bei, die nicht gut war. Feuchtigkeitsmaske von Balea. Aloe Vera-Maske von Schebens. Die Luxusmaske Gold. Die fand ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Da hatte ich nicht so das Gefühl der Pflegewirkung. Aber ja, sah natürlich ganz schick aus. War so durchsichtig mit goldenen Glitzer-Pigmenten drin. Ja, aber wenn ich eine Maske mache, dann will ich nicht glitzern. Gut, die werde ich nicht nochmal kaufen. Aber die anderen hier sind wirklich durch die Bank weg gut. Die kennt ihr vielleicht auch. Absolute Kaufempfehlung von Isana. Die Hydrobooster-Tuchmaske. Also wenn ihr gerade keine Lust habt, ein bisschen mehr für eine Maske auszugeben, dann ist die auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich meine, die kostet 99 Cent oder 1,49. Auf jeden Fall nicht besonders teuer. Im Angebot ja dann sowieso nicht. Und wie gesagt, ihr kennt wahrscheinlich auch den Tipp mit der Rossmann-App und den 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf. Das ist wirklich toll. Die benutze ich übrigens auch richtig gerne, wenn ich Kopfschmerzen habe. Am besten noch aus dem Kühlschrank raus. Macht das mal. Unbedingt. Kinder, wenn ihr da unten meinen Haufen sehen würdet. Also den Müllhaufen. Die habt ihr wahrscheinlich auch schon des Öfteren bei mir gesehen. Das sind von Balea die Einwegrasierer. Die ganz einfachen. Ich meine, die kosten 1,25. Oh, hier waren sogar 12 Stück drin. Ansonsten sind immer 10 Stück drin. Die haben zwei Klingen und einen Gleitstreifen. Und ich bin damit einfach total zufrieden. Die rasieren gut. Die bleiben relativ lange scharf. Und ja, ich werde sie also so circa nach dreimal duschen, beziehungsweise dreimal rasieren, wechsle ich sie dann mal aus. Aber sonst muss man das früher auf jeden Fall nicht machen, weil die so schön lange scharf bleiben. Also absolute Kaufempfehlung. Das muss für mich nicht immer dieses bunte Zeug sein. Obwohl das natürlich sehr hübsch ist. Aber naja, seid auch teurer. Davon habt ihr wahrscheinlich schon mein Review-Video gesehen. Also das verlinke ich euch ansonsten hier oben im I. Das ist auf jeden Fall das passende Produkt für Leute, die sehr viel Hornhaut haben. Für Leute, die nicht so viel Hornhaut haben, ist das allerdings ein wenig mühsam. Dieses Produkt hier, das sind von Alta Pharma 20 Pflasterstrips Sensitiv. Also von Rossmann die Hausmarke. Ich meine, die kosten 89 oder 99 Cent. Davon habe ich auch immer einen großen Vorrat da. Habt ihr wahrscheinlich auch schon in meinem Haul gesehen. Auf jeden Fall ist die Klebefläche tatsächlich sehr verträglich. Und dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Das Gesunde Plus Vitamin D3 Kapseln. Ne, das sind Perlen. Naja, Vitamin D halt. Kann man nichts mit falsch machen, denke ich. Und der hier ist schon super alt. Den habe ich mal bei Aldi gekauft. Den Kopfschmerz-Roll-On. Habe ich mir auch schon nachgekauft, allerdings von Rossmann. Da sind so ätherische Öle enthalten, die so ein bisschen kühlen wirken auf der Schläfe. Ne, das ist hier wie so ein Augenroll-On. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen mit so einer Metallkugel. Und die tut so gut in dem Moment, ihr Schmerzen habt, ne. Naja, und dann wird das hier so aufgetragen. Riecht so ein bisschen wie Erkältungsbeisam. Also wie gesagt, ätherische Öle. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass das die Kopfschmerzen beseitigt, aber es macht sie, bis eine Tablette eventuell hilft oder man sich hinlegen kann, macht es das auf jeden Fall erstmal ein bisschen erträglicher. Genau. Ich mache jetzt mit Körperpflege weiter. Das ist nämlich eine ganze Menge. Ihr kennt mich. Ich liebe diese Handwaschseife von Darf. Ich glaube, das habe ich euch nun wirklich schon oft genug erzählt, dass ich diese Seife liebe und dass die einfach die Hände nicht austrocknet. Und die werde ich auch immer wieder kaufen. Im Moment habe ich meine normale Seife, weil meine Hände, beziehungsweise unsere Hände im Sommer nicht ganz so arg zur Austrocknung neigen. Und da ich einen Coupon hatte, habe ich auch mal diese Palmolive Handseife & Lotion ausprobiert gehabt. Ja, die hier ist mit Orchidee und Kokosnussmilch. Ja, und die war tatsächlich überraschenderweise auch sehr pflegend. Also das ist auf jeden Fall auch mal eine Alternative zu den Darfseifen. Ist aber preislich ähnlich. Also da spart ihr jetzt nicht unbedingt was. Genau. So, und dann habe ich dieses Darf-Duschgel aufgebraucht, was natürlich auch tatsächlich sehr pflegend ist. Ich glaube, ich kenne kein anderes Duschgel mit einer derartigen Pflegewirkung. Überhaupt allgemein finde ich, Duschgele sind eigentlich selten sehr pflegend. Der einzige Nachteil aber, ne, man kann ja nicht alles haben. Wahrscheinlich geht nur das eine oder das andere. Das schäumt leider kaum. Wohingegen nicht so pflegende Duschgele wie dieses hier sehr schön viel schäumen. Also man muss sich dann wahrscheinlich entscheiden, entweder schäumend oder pflegen. Aber die gefallen mir jetzt beide wirklich gut. Ich meine, es ist ja auch nur Duschgele. Ich creme mich nach dem Duschen sowieso ein. Von daher ist es eigentlich auch egal. Hauptsache es ist nicht zu stark austrocknend. Das hier gefällt mir übrigens auch total gut. Das hatte ich von meiner Mama geschenkt gekriegt. Das riecht immer nach diesem ACE-Saft, den man überall kaufen kann im Supermarkt. Oder im Discount. Oder wo auch immer. Diese beiden Nagellackentferner habe ich parallel benutzt, weshalb die jetzt auch zeitgleich ungefähr leer gegangen sind. Also das ist einmal von Isana. Der Nagellackentferner Mandelduft mit pflegendem Öl. Ich meine, der ist acetonhaltig. Der macht seine Arbeit. Kann man nicht viel zu sagen, außer kann man kaufen, ne. Ist halt ein günstiger Nagellackentferner. So, und das hier hatten sie da neu, als ich diesen hier gekauft habe. Das ist auch von Isana. Fend-and-Care Nagellackentferner, acetonfrei und feuchtigkeitsspendend. Das musste ich natürlich sofort ausprobieren. Ohne beißenden Geruch steht auch noch drauf. Dachte ich, ja, das muss mal sein, ne. Aber ich muss sagen, man schrubbt ein wenig länger, als bei normalem Nagellackentferner. Kann man wahrscheinlich auch erwarten, wenn er acetonfrei ist und allgemein einfach ein bisschen sanfter sein soll. Ich werde ihn jetzt nicht nochmal kaufen, weil mich das ein bisschen genervt hat, dass ich da so lange rumschrubben musste. Außerdem hinterlässt er einen ganz schönen Ölfilm, was ja eigentlich ganz nett ist. Aber ich will das irgendwie nicht. Dann mache ich mir lieber ein Nagelöl drauf. Wer daran interessiert ist, kann sich diesen Nagellackentferner hier auf jeden Fall mal ansehen. Mein kleiner Mann hat das hier aufgebraucht von Sauber Limited Edition Zitrone und Orangenblüten Waschschaum. Also da kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Das ist halt ein Schaum und Kinder waschen sich vermutlich mit Schaum irgendwie lieber die Hände. Ich persönlich benutze lieber Seife, weil ich irgendwie sonst das Gefühl habe, ich hätte mir nicht richtig die Hände gewaschen. Ja, aber Kinder mögen Schaum, ist ja klar. Also kann man kaufen. Und dann haben wir zusammen diese Pinaten Wasch- und Duschcreme leer gemacht. Das war einfach noch ein Überbleibsel von seiner Kleinkinder-Baby-Zeit. Und ja, die ist jetzt halt leer. Ist auf jeden Fall gut. Keine Tränen mehr steht drauf. Das stimmt auf jeden Fall auch. Also würde ich theoretisch nochmal kaufen. Aber da mein Junge jetzt etwas älter ist, möchte er bestimmt keine Babyprodukte mehr benutzen. Und oh mein Gott, ich habe hier wirklich so viele Shampoos und Spülungen liegen. Es war wirklich ein langer Zeitraum, in dem ich jetzt diese Produkte aufgebraucht habe. Ich bin nur einfach nicht hinterher gekommen, das abzudrehen. Ein Kindershampoo haben wir zusammen leer gemacht. Das ist von Garnier Ware Schätze für Kinder mit Aprikose und Baumwollblüte. Ich meine ein ähnliches. Das gab es tatsächlich auch schon, als ich ein Kind war. Und das brennt tatsächlich nicht in den Augen. Das würde ich auch wieder kaufen. Aber mein Junge hat gerade etwas Cooleres. Dieses Tiefenreinigungs-Shampoo habt ihr tatsächlich auch schon ein paar Mal bei mir gesehen. Das habe ich tatsächlich auch erst kürzlich gekauft. Habe es ungefähr ein, zwei, vielleicht auch dreimal benutzt. Und als ich es dann wieder benutzen wollte, habe ich gesehen, dass es leer war. Drücken eure Kinder auch so gerne gesamte Shampoos ins Badewasser. Das habe ich sehr gerne benutzt. Also das kommt mir auf jeden Fall auch wieder ins Haus. Mein Mann hat Head & Shoulders leer gemacht. Und ich habe euch schon so oft etwas zu Head & Shoulders gesagt, dass ich es jetzt wahrscheinlich nicht nochmal tun werde. Außer es riecht gut. Wenn man es denn braucht, erfüllt es auf jeden Fall seinen Zweck. Aber wir benutzen es vor allem wegen des Duftes. Und mein Sohn hat noch dieses Shampoo von Balea Taffy Love leer gemacht. Also mit Karamellduft. Ja, dazu kann man jetzt nichts sagen. Hatte keine besondere Pflegewirkung. Hat einfach eben lecker gerochen. Und wurde dann zum Schluss auch eher als Duschgel benutzt. Kann man haben, muss man aber nicht. Wovon ich sehr positiv überrascht war. Sowohl vom Geruch als von der Pflegewirkung. War von diesem Garnier Fructis Feuchtigkeitsspeicher Hydra Aloe. Also das ist mit Aloe Vera. Das war wirklich richtig gut. Und es riecht wirklich himmlisch. Einfach total frisch. Und ganz leicht fruchtig, aber eher frisch. Hier steht noch drauf, ohne Silikone, ohne Parabene. Für normales Haar. Geschmeidiges, schwereloses und mit Feuchtigkeit versorgtes Haar. Soll es am Ende sein. Okay. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr so trockene Spitzen habt. Die Spülung dazu habe ich jetzt nicht benutzt, aber das hier ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung wert. Was mich allerdings total enttäuscht hat, ist dieses Shampoo von L'Oreal El Vital Dream Length. Also es ist jetzt nicht absolut Sch***, aber wenn ein Shampoo traumhafte Längen verspricht, dann erwarte ich nicht, nachdem ich das Shampoo benutzt habe, dass ich da absolut überhaupt gar nicht mehr mit den Fingern durchfahren kann und das ein total riesiger Knoten am Ende ist. Eventuell liegt das auch einfach an meinen eigenen Haaren und das ist nicht bei allen so, aber bei dem Namen habe ich einfach ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen, echt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch irgendwie anders gelaufen ist. Allerdings war ich froh, da ich mir die komplette Pflegeserie dieser Reihe gekauft hatte, dass wenigstens die Spülung und auch die Kur kein Reihenfall waren. Also die Spülung tut auf jeden Fall, was sie verspricht. Ich hatte natürlich schon bessere, also die ist aber auf jeden Fall eine Kaufempfehlung wert und die Kur auf jeden Fall auch. Und hier habe ich dann noch zusätzlich zwei Spülungen leer gemacht. Das sind meine absoluten Lieblingsspülungen. Die funktionieren bei mir so super gut, also die fühlen sich danach so butterweich an. Und schon während sie noch nass sind, brauche ich da nur so durchgeleiten und das fühlt sich an, als hätte ich mir da gerade pure Seide reingeknallt. Ich weiß auch nicht. Cyos Salonplex, die Spülung. Und von L'Oreal Paris Elvital Nutrigloss Luminizer Hochglanz Pflegespülung. Leider hat Rossmann die mittlerweile aus dem Sortiment genommen. Bei DM gibt es die allerdings noch und auch bei Edeka und so müsstet ihr die eigentlich noch kriegen. Also ich mag die so super gerne. Und wenn es die nicht mehr geben sollte, dann gibt es wenigstens die hier und die ist so toll. So, diese beiden Produkte hier sind so la la, würde ich sagen. Die habe ich auf jeden Fall für die Haare nicht weiter aufgebraucht, weil die bei mir einfach überhaupt nichts getan hat. Und ich mag auch den Geruch absolut nicht. Der ist sehr schwer. Das ist diese hier von Glisskur. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich kann mittlerweile nicht mehr besonders gut reden. Das ist wahrscheinlich schon zu lange. Also die habe ich, wie so oft, auch ungefähr die Hälfte von der hier habe ich so aufgebraucht. Ich benutze das dann als Rasiercreme. Die Haut wird danach so richtig schön glatt. Der Rasierer gleitet gut rüber. Also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr so Spülungen oder Kuren habt, die nicht so ganz eurem Geschmack entsprechen oder euren Vorstellungen. Das ist natürlich zu schade, das wegzuschmeißen oder dann eben an den Haaren aufzubrauchen, weil es einen einfach nervt und nicht genug Pflege gibt oder so. Dann benutzt das unbedingt als Rasiercreme. Ich muss sagen, ich kaufe tatsächlich auch kein Rasierschaum oder kein Rasiergel mehr, weil mir das einfach so viel besser gefällt. Müsst ihr mal probieren. Ach so, und die Kur hier ist von wahre Schätze die Ahorn-Balsam-Rizinus-Öl- und Ahornsirup-Kur. Die ist an sich aber auch für die Haare ganz gut gewesen. Aber da habe ich eben auch Produkte, die mir viel besser gefallen, weshalb ich das eben so halbe-halbe benutzt habe. Genau. Zwei Dosen Haarspray habe ich leer gemacht. Eigentlich benutze ich gar nicht mehr so viel Haarspray. Früher habe ich ohne Scheiß, ich glaube, eine Dose in einer Woche verballert. Da habe ich wirklich einen riesigen Konsum an Haarspray gehabt. Also das ist jetzt auf jeden Fall zum Glück nicht mehr so. Ich hatte die beiden Pullen auch parallel im Gebrauch. Das ist auf jeden Fall mein allerliebstes Haarspray. Das riecht gut und das macht so richtig schön bombenfest. Ich habe mich tatsächlich noch nicht so richtig an flexiblem Haarspray versucht, weil das bei mir irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, das ist dann sowieso nicht fest. Und deswegen muss das bei mir immer richtig festgeklebt sein, wenn ich das dann mal habe. Ganz besonders hier der Pony. Der macht sonst nämlich auch ein paar Wellen und das sieht ein bisschen kacke aus. Ach hier, das hat mein Sohn noch leer gemacht. Das kennt ihr bestimmt. Wer es noch nicht kennt, sollte es seinen Kindern unbedingt mal kaufen. Das gibt es sowohl bei Müller als auch bei DM oder Rossmann. Nennt sich Mahlseife. Gibt es in verschiedenen Farben und das finden die Kinder auf jeden Fall immer total lustig. Jedenfalls mein Kind findet es total lustig. Ja. Und dann habe ich noch von Essence diese Handcreme hier leer gemacht. Die habe ich immer in der Handtasche mit. Ich glaube, die hier hatte ich sogar von meiner Mama geschenkt bekommen. Mit Shea Butter, ja. Also die war auf jeden Fall ganz gut. Wie gesagt, für die Handtasche ist das eine super tolle Größe, weil das einfach nicht zu viel ist mit 25 Millilitern und würde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Sehr schön pflegend, aber auch nicht zu schwer. Und riecht sehr gut. Und wir haben dann jetzt den letzten Rest von diesem Sonnenspray hier aufgebraucht, beziehungsweise aussortiert. Da ist wirklich noch ganz wenig drin. Also das ist das Anti-Sandspray von Garnier Ombre Solaire für die Kinder. Genau. Ja. Mit dem Dichtschutzfaktor 50+. Das hat auf jeden Fall gute Dienste geleistet. Mein Sohn mochte sich damit allerdings, ich weiß ja nicht, wie das bei euren Kindern ist, aber er mochte sich damit nicht einsprühen lassen, weil das natürlich ein bisschen kalt ist. Ich habe dieses Jahr auf jeden Fall keinen Sonnenspray mehr gekauft, sondern einfach eine Lotion, beziehungsweise es gibt ja auch noch einen Sonnenschutz-Schaum dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob es das letztes Jahr auch schon gab, aber da habe ich es auf jeden Fall nicht gesehen. Also das haben wir jetzt dieses Jahr und das lässt er sich deutlich lieber auftragen. Da das halt vom letzten Jahr ist, sortiere ich das jetzt aus. Wir haben ein frisches gekauft, wie gesagt. Mein Mann hat dieses Deo hier aufgebraucht. Das ist von L'Oreal Man Expert. Invincible? Oder was steht da? Invincible? Nun gut, auf jeden Fall hat er dieses Jahr aufgebraucht. Er hat aber gesagt, dass er es nicht wieder haben möchte, weil das im Abgang irgendwie ein wenig muffig riecht. Aber ansonsten hat es auf jeden Fall das getan, was es soll als Deo. Und dann habe ich auch noch von Fah ein Deo aufgebraucht. Das ist allerdings ohne Aluminiumsalze. Deswegen habe ich es nicht komplett nur als Deo benutzt, sondern auch so als Körperspray, weil bei mir eigentlich Deos ohne Aluminium nicht wirklich lange halten. Das war auf jeden Fall empfehlenswert. Was mir daran jetzt nicht so gut gefallen hat, war, dass es eine Glasflasche war. Ich bin halt ein Tollpatsch und mir fallen Sachen sehr gerne runter. Und wenn jetzt so eine dicke Glasflasche auf die Fliesen knallt, finde ich das dezent scheiße. Besonders scheiße ist es dann, wenn die Fliese kaputt geht. Ich habe noch zwei Deos aufgebraucht. Das ist einmal dieses hier von Niver Winter Moment. Auch das ist eine Glasflasche. Da kann ich absolut nichts Negatives drüber sagen. Das hat sehr gut funktioniert. Es hat auf jeden Fall auch nicht so arg winterlich gerochen, dass man es jetzt nicht im Frühjahr oder Sommer noch hätte benutzen dürfen. Und dann habe ich dieses berühmte Deo hier aufgebaut. Das hat auf jeden Fall auch insgesamt sehr gute Dienste geleistet. Ich bin jetzt allerdings trotzdem ein wenig froh, dass es leer ist, weil ich nicht so der Typ bin für diese Creme-Deos. Also ich mag gerne Roll-Ons. Roll-Ons? Ich halte jetzt endlich mal die Kamera. Ihr musstet lange genug darauf warten. Das ist von Rexona hier Maximum Protection in der Sorte Stress Control. Ja, also es hat wirklich nicht einmal irgendwie versagt. Das ist auf jeden Fall super. Ich bin jetzt allerdings mehr interessiert daran an der neuen Sorte von Maximum Protection. Da gibt es jetzt nämlich auch ein Sprüh-Deo von. Also ich bin gespannt. Vielleicht ist das ja ein angenehmes Sprüh-Deo. Also wenn ihr extrem Probleme habt mit Schweiß und Geruch und so, wenn ihr es nicht sowieso schon probiert habt, dann probiert bitte dieses Deo. Dann gehen wir mal zur Mundpflege über. Das ist einmal hier ein Mundwasser. Ganz normal von DM. Don't to dent. Antibakterielle Mundhygiene Mundspülung. Wir haben hier die Variante ohne Alkohol genommen. Ich weiß nicht genau wieso. Mein Mann hat die ausgesucht. Also einfach eine stinknormale Mundspülung. Es hat zwischendurch frischen Atem gemacht und mehr kann man dazu auch leider nicht sagen. Und dann ganz spießig. Diese beiden Zahnpasten sind bei uns leergegangen. Hier habe ich jetzt nur noch den Umkarton, weil ich die letzte Packung hier weggeschmissen hatte. Spießiges Aronal- und Elmex-Kombinationszeug. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe sehr schmerzempfindliche Zähne. Ganz besonders hier auf der einen Seite. Und seit ich diese Zahnpasten benutze in Kombination, ist das sehr viel besser geworden. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich habe früher immer so Weismach-Zahnpasten benutzt. Aber mein Mann hat gesagt, lass uns doch mal die hier ganz spießig nehmen. Jetzt habe ich es auch oft genug gesagt. Ich weiß auf jeden Fall, das hat tatsächlich was gebracht. Und mein Kleiner hat diese Zahnpasta hier leer gemacht. Die hat er schon immer benutzt. Jetzt ist er aber leider zu alt dafür und wir müssen uns eine Alternative suchen. Also die schützt gut. Auch wenn der Zahnarzt immer mal was anderes empfiehlt. Bei uns hat die super gut funktioniert. So und nun sind wir bei der letzten Kategorie angekommen. Haushalt. Und ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, diese riesigen Sachen jetzt endlich nicht mehr in meiner Ecke stehen zu haben. Da habe ich sowohl das Vollwaschmittel als auch das Colorwaschmittel. Das habe ich allerdings schon entsorgt, weil es hier wirklich, wirklich voll wird. Und das ist auf jeden Fall das Waschpulver, was ich immer wieder nachkaufen werde, weil dieser Duft einfach so schön intensiv ist. Da kommt einfach nichts anderes mit. Ich habe jetzt mal alternativ, weil ich es schon irgendwie nicht mehr wahrgenommen habe. Das habe ich euch ja auch schon mal gesagt. Ich brauche zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung, damit ich den Geruch wieder wahrnehmen kann. Vielleicht geht euch das ja auch so. Also habe ich jetzt, ich meine, Ariel-Pulver habe ich gekauft. Genau. Das ist aber teurer. Und das riecht nicht so lange. Tatsächlich nicht. Also ich werde immer wieder auf das hier zurückgreifen. Das kostet bei uns im Rewe, meine ich, mit den 70 Waschladungen hier. 9,99 Euro pro Packung. Ja, also das ist auch eine absolute Kaufempfehlung. Dieses Waschmittel habe ich euch, meine ich, auch schon mal in einem Aufgebraucht-Video gezeigt. Das entfernt super gut Gerüche. Auch wenn das nichts mit Sport zu tun hat, so muffige Gerüche. Auf jeden Fall hilft es recht gut. Gut, wahrscheinlich nicht bei allem, aber es hilft. Und diese zwei Hygienespüler sind auch noch leer gegangen. Das ist einmal von Domol. Ja, ich meine, der ist, ach, der ist ohne Parfüm und ohne Farbstoffe. Der hat auf jeden Fall sehr gut seine Arbeit getan. Genauso aber auch wirklich genauso gut hat auch der von Gut und Günstig, der Hygienespüler. Der hat aber genauso gut seine Wirkung erzielt. Also, ich weiß nicht, ich mache die eben manchmal rein, wenn ich nicht ganz so heiß waschen kann gerade, weil ich eine Mischwäsche habe oder so. Das fängt auf jeden Fall dann nicht an zu stinken. Also, die geben mir einfach ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich alle Bakterien entfernen. Dafür habe ich hier nichts zum Testen irgendwie, aber ich kaufe es auch immer wieder. Dazwischen haben wir auch noch einen normalen Weichspüler. Da greife ich am liebsten natürlich zu Lenoir. Zwischendrin aber auch mal, wenn ich gerade meine geizige Phase habe, tut es dann auch dieser Günstige hier von Lidl. Der riecht tatsächlich auch recht lange recht gut. Weichspüler, Ducy, Ducy. Ja, das ist die Sorte Morgenfrische. Also schaut euch den mal an, solltet ihr das nicht schon getan haben. Aber nur die blaue Sorte. Oh Mann, ist das ein langes Aufgebraucht-Video. Ihr seid sehr tapfer, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Muss ich ja mal sagen, ne? WC-Anhänger. Zwei Packungen. Einmal von Brev, Power Aktiv. Hier waren meine ich drei Stück drin. Hatte ich mal bei Action gekauft. Das einzige Mal, dass ich bei Action war, ja, da habe ich ausgerechnet so etwas gekauft. Genau, das war da relativ günstig. Und die haben auch ganz gut gehalten. Die haben sowohl den Schmutz unten ganz gut weggehalten, als auch sehr gut gerochen. Das haben sie auch, ja. Wovon ich eigentlich schon sehr lange überzeugt bin, ist die andere Packung WC-Anhänger. Das ist, kennt wahrscheinlich auch jeder WC-frisch. Am liebsten mag ich natürlich die Sorte, die unten das Wasser so blau einfärbt. Kennt ihr bestimmt auch, ja. Und jetzt hatten sie neu, dass das Wasser unten Leder sein soll. Da habe ich natürlich sofort zugeschlagen als Frau, ne? Ja, nun gut. Auf jeden Fall muss ich jetzt allerdings sagen, also es erführt auf jeden Fall genauso seinen Zweck wie alle anderen dieser Sorte. Aber diese Farbe unten irritiert hin und wieder mal ein wenig. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass Lila aus Blau und Rot gemischt wird. Und wenn man dann manchmal einfach so ein bisschen planlos auf dem Klo sitzt und dann aufsteht, erschreckt man sich ein wenig. Denn man denkt, oh mein Gott, was ist da aus mir rausgekommen? Also man denkt dann eben an komische Sachen und erschreckt sich im ersten Moment ein wenig, was da unten in der Toilette los ist. Ist ja auch ein heikles Thema, ne? Ja gut, auf jeden Fall werde ich Violett nicht wieder kaufen. Ich werde Blau kaufen und alle anderen Sorten davon. Aber nicht diese. Und das ging nicht nur mir so. Ein paar in meinem Bekanntenkreis, die diese Dinger ausprobiert haben. Ja, wir unterhalten uns über WC-Steine. Hin und wieder. Dem ging das ähnlich. So, wir sind gleich durch. Zwei Glasreiniger. Einmal von Lidl und einmal von Edeka. Die haben sich von der Wirkung her überhaupt nichts genommen. Kann man beide auf jeden Fall kaufen. Ich benutze das auch für fast alles, weil es eben streifenfrei macht, ne? Genau. Aber wir sind da jetzt auf den Frosch-Glasreiniger umgestiegen, der uns wirklich super gut gefällt. Und dadurch, dass die Flasche ein bisschen kleiner ist, ist die kleinere Flasche auf jeden Fall etwas angenehmer in der Hand mit der Hälfte. Hier ist ein Liter drin jeweils und in der Frosch-Verpackung ist nur die Hälfte drin. Genau. Bla, bla, bla. Ja. So. Dann habe ich hier noch zwei Backreiniger. Hier einmal von Antikal Fresh mit Febrésdorf, der Kalkreiniger. Super gutes Produkt. Ist auch hin und wieder im Angebot tatsächlich auch nicht zu teuer. Also den werde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Und dann hatte ich mal wieder Lust auf diesen Meisterpropper-Badreiniger. Den hatte ich schon vor einigen Jahren. Da hat der auch super gute Ergebnisse gebracht. Jedenfalls hatte ich das jetzt nicht in Erinnerung. Also der riecht super gut, aber der macht so eine Schlieren überall hin. Also eigentlich musst du, wenn du den dann unbedingt benutzen willst, zuerst mit dem einmal grob vorputzen, um dann danach nochmal mit irgendeinem anderen Produkt nochmal nachzupolieren. Dafür kaufe ich doch so ein Ding nicht. Also wenn man den dagegen benutzt hat, da war dann alles streifenfrei sauber. Oh, und der hat Schlieren gemacht. Also wirklich aber vom Feinsten. Also den werde ich nicht wieder kaufen. Ja, der riecht gut, aber putzen tut er überhaupt nicht gut. Das finde ich schade. Und ich glaube, vor ein paar Jahren war der noch nicht so kacke. Und das ist toll. Genau. So, meine Lieben. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir sind durch. Ich nehme euch mal kurz und zeige euch, wie mein Fußboden aussieht. Oh, mein Gott. Ja, das ist nicht so schön, ne? Herzlichen Dank. Solltet ihr es bis hierhin ausgehalten haben, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt? Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und hoffe, dass ich euch mit meinen Erfahrungen ein wenig helfen konnte. Ja, und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Kosmetika. Preis pro Flasche, pro Flasche, pro Tiegel. Ne, es ist kein Tiegel. Aber es ist nicht kombinierbar mit... Aber, also, Mann. Hier war doch noch irgendwo eine Creme. Wo ist die denn? Wo ist die hin? Die war doch hier. Hä? Mann! Kranke Gedanken. Ja, okay. Hyaluron. Hyaluron und Aloe Vera. Nein. Oh, Gott. Na, komm, das reicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Da ging der aus dem Sortiment irgendwie. Da ging der aus dem Sort... Ich habe den Eindruck, ich stolpere ständig über meine Zunge. Und das tue ich wahrscheinlich auch. Aber wenn ich mich darauf konzentriere... Bla, bla, bla. Oh, Gott, komm. Ach, bla, bla, bla. Mann! Der Rasierer gleitet genug für unsere lieben Hausmuttis. Mich mit eingeschlossen. Komm. Ne. Na, komm, das reicht. Durch mich verraten... Durch mich. Untertitelung des ZDF, 2020